Moin Leute und Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir eine Runde Zombies und im Hintergrund seht ihr dazu noch dann das Easter Egg. Ich finde das einfach absolut cool, ich werde es euch nochmal zeigen. Und wir versuchen einfach, so lange wie möglich zu überleben. Let's go! Nein, ich habe jetzt nicht einen Sniper, oder? So. Eigentlich wollte ich heute ein Nuketurn-Video bringen, aber das kommt wahrscheinlich erst am Mittwoch. Also nicht wundern. So, also wenn du gestorben bist, also noch auf dem Boden crawlst, hast du aber schon deine Plexfader. Digga, das ist Face Mr. Hendrixen, Dick. Vorher schon, ne ne? Und der Sniper zu mir auf die Beine schießt und ihr habt kein Bein mehr gehabt. Ne, stopp. Oder keinen Arm. Und als allerersten Schritt fürs Easter Egg müsst ihr natürlich erstmal den Packer Punch aufbauen. Also ihr müsst einfach durch diesen Eva-Tunnel gehen. So, dann sammelt ihr das Maschinenteil ein und baut den Packer Punch auf. So, dann stehe ich jetzt hier und ihr müsst mir einfach nur folgen und folgendes machen. Abschießen. 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 Und abschießen. Miese Anlehnung an die Coffins. Nein, man kann ja nicht mehr hoch. Dann kommt ja mal irgendwie drauf. Ja, go. Nein, ich will ja nicht weg. Nein. Und dann spawnt immer hier eine Kiste, die könnt ihr öffnen. Daraus kommt immer... Oh mein Gott, die Raycon. Was ein geiles Video, Digga. Und Juggernauts als Burr. Ach du Scheiße. Mal sehen wie schnell wir ihn töten können. Für fuck's sake. Bald ne Persönlichkeit. Digga, diese Waffe ist viel zu okay. Zombie-Bossi. Stopp. Hä? Wie viel Leben hat der? Entweder habe ich ihn gerade One-Hit geschossen. Oder... Ja, ich habe ihn echt One-Hit gekillt. Einverfügt, ein Zombie-Boss. Was? Was? Ich hab die Zombie... Ich hab... Nein. Ich hab die einzelnen Gestalten von Zombie-Boss gewone-hitted. Es soll den Boss-Zombie hier auch spawnen während dessen. Aber wenn ihr ihn verweist, dann steht es euch noch im Wasser. Nein! Ich hab das jetzt eigentlich nicht hingekriegt, Mann. Er ist mein Leben. Ich hab dies wieder weg. Sehr gut. Ja, nee, nee. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Okay. Ja, nee. Anyway. Bis zum nächsten Mal.